Der Koffer ist als Aufgabe Gepäck ideal. Er bietet ausreichend Platz und genügend verschiedene Fächer. Der Koffer ist als Aufgabe Gepäck. Er bietet sich ein Netzfach mit Reißverschluss, das sich über etwas mehr als die Hälfte des Deckels erstreckt sowie zwei. Apropos Rollen, diese vermitteln einen soliden Eindruck. Ob sich dieser bestätigt, kann allerdings erst die Zukunft zeigen. Tragegriffe und Ziehbügel waren unauffällig. Auf das mitgelieferte Kofferschloss würde ich nicht allzu viel geben. Ich habe es nicht genutzt. Ich habe mir diesen Koffer geholt, weil ich in meinem neuen Job als IT-Berater häufig mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug unterwegs bin und wäsche für circa 2 bis 4 Tage benötige. Nach längerem Suchen fand ich diesen Koffer und lass mir interessiert die vielen Bewertungen durch. Diesen entsprechend und den hinterlegten Angaben beschloss ich den Koffer zu bestellen, was ich seitdem nicht bereue. Positives Doppelpunkt plus Platz Der Koffer fasst 37 L und das genügt völlig meinen Ansprüchen. Es passt genug für eine Woche hinein, was für mich völlig ausreichend ist. Plus Qualität Die Rollen sind sehr stabil verbaut und auch der Stoff mit seinen Verschlüssen macht einen positiven Eindruck auf mich. Ich habe schon viele Koffer gesehen und erkenne Qualität wenn ich sie sehe. Plus Taschen Der Koffer hat vorne zwei kleinere Taschen und innen ein großes Hauptfach. In diesem befinden sich oben weitere Einzelablageplätze für Kleinkram oder anderen Dingen. Das Hauptfach ist sehr groß, wobei der Inhalt sich dort leicht befestigen lässt. Die Kammer ist zum Start mit Stoff abgetrennt. Plus Größe. Der Koffer kann problemlos als Handsgepäck im Flieger mitgenommen werden. Darüber hinaus passt er gut überall hin. Plus Handtasche, eine Laptop Tasche oder ähnliches lässt sich leicht an der Stange befestigen, wenn die zweite Tasche dafür eine Vorrichtung besitzt. Auf einem Foto habe ich meine Case Logic Notebook Tasche, Asen Doppelpunkt B007Z92RH8 Case Logic Notebook Tasche 40, 6 cm, 16 Zoll, schwarz-rot, an dem Koffer befestigt. Neutral, oh die Stange wackelt leicht, was mich aber absolut nicht stört. Negatives, Fazit, der Koffer eignet sich gut für kleinere Dienstreit. Auf den Fotos habe ich den Koffer einmal mit Wäsche für 5 Tage befüllt. Alles kein Problem, es würde sogar noch was mehr hineinpassen. Dazu kann ich meinen Laptop bequem befestigen. Der Koffer ist einfach eine Wucht und für diesen Preis einfach unschlagbar. Ich gebe eine klare Kaufempfehlung ab. Dieser Koffer ist ein absolutes Leichtgewicht mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kommt in einer tollen Farbe genauso knallig, wie online zu sehen, absichtlich so bestellt, weil erstens günstiger und zweitens viel leichter zu erkennen, als wenn jemand nur schwarze oder dunkle Koffer hat. Er bietet viel Stauraum im Inneren mit zwei Extra-Fächern für Schuhe, einem Fach mit Netz für was auch immer und einer kleinen innenliegenden Tasche für zum Beispiel Handy-Zubehör, Batterien oder ähnliches. Zwei Gurte innen sorgen dafür, dass der Inhalt nicht unkontrolliert verrutschen kann. Außen gibt es auf der Rückseite einen versteckten Adress-Dark, der mit Trick 17, leicht nach oben kippen, rausnehmbar ist zum Beschriften. Vorne außen befinden sich zwei weitere Fächer, das obere gut geeignet für Schreibsachen, Handy-Zubehör und so weiter. In das untere, größere, passt knapp sogar ein 15-Notebook-Laptop. Alle Reißverschlüsse sind leichtgängig, parken nicht und lassen sich mittels Schloss absperren. Das mitgelieferte Schloss passt meiner Meinung nach jedoch nicht zur restlichen Qualität des Koffers und wurde von mir umgehend entsorgt bzw. ausgetauscht gegen ein hochwertiges, welches sich nicht mehr ohne Schlüssel knacken lässt. Griffe, Ausziehgriff und Rollen machen ebenfalls einen robusten und stabilen Eindruck, sind leichtgängig. Ich habe direkt, nachdem ich den Koffer für mich bestellt hatte und er ankam, nochmal den gleichen für meine Frau bestellt, da er deutlich besser ist, als das was wir vorher hatten und wir jetzt auch endlich einheitlich unterwegs sind. Absolut alle Sterne und weiter empfehlbar. Freitag bestellt heute da. Muss sagen der Trolli macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Solide und sauber verarbeitet und groß genug für ne Woche Urlaub zu machen. Auch hat er meiner Meinung nach genug Fächer um Kleinzeug unterzubekommen. Die Rollen sind auch robust, Inliner Rollen. Der Trolli wird demnächst mal richtig getestet und dann folgt ein weit ehretbericht. Bis jetzt aber top. Ein echt toller Koffer. Er hat viele extra Taschen und Fächer, mit denen das Packen zur Freude wird. Denn innen sind fast überall kleine bis größere Fächer, mal mit Gummizug, mal mit Reißverschluss zu schließen. Außen mit einem leicht abwaschbaren Stoff bezogen. Grundfarbe blau, an manchen Ecken in hellblau abgesetzt. Schon mal ein Vorteil, um ihn auf dem Gepäckband am Flughafen besser zu erkennen. Alle Reißverschlüsse für die Außenfächer sind mit zwei Reißverschlüssen versehen, um ihn flexibel zu verschiedenen Seiten öffnen zu können. Die meisten äußeren Tee Das könnte bei der Wurftechnik der Flughafenmitarbeiter auch mal ein Nachteil sein, aber in diesem Preissegment ist das völlig in Ordnung, da haben wir nichts anderes erwartet. Er lässt sich auf zwei Rollen hinterherziehen und wenn man ihn schnell hinstellen möchte ist neben den Rollen direkt ein Stand. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Nichts, dass wir die R achieve. Well tur. Untertitelung des ZDF, 2020